Hi und herzlich willkommen zum Übung des Monats. Meine Übung des Monats ist der Spider-Man Crunch oder auch Firefly genannt. Vielleicht kennt ihr den einen oder anderen Namen. Auf jeden Fall ist diese Übung besonders gut für euren Rumpf. Rumpfstabilität ist generell wichtig, um eure Wirbelsäule zu stabilisieren und Rückenschmerzen vorzubeugen. Und genau dafür ist diese Übung auch besonders gut. Aber auch natürlich dafür, dass du den ganzen Körper stärkst, weil das ist nicht nur eine Übung für den Rumpf. Du hast auch den Hüftbeuger, die Beine, wie gesagt Brust, Schultern, Rücken, hast du eigentlich alles mit bei dieser Übung dabei. Von dem her ziemlich universelle Übungen für den ganzen Körper. Ich zeige euch mal, wie die Ausführung funktioniert. Und zwar geht ihr mit euren Händen direkt unter eure Schultern, kommt hinten auf eure Zehnspitzen, stellt euch ruhig etwas weiter als Schulterfrett auf, damit ihr stabil steht. Und jetzt zieht ihr eure Knie zu den Ellenbogen hin. Seitlich großer Kreis zum Knie, großer Kreis zurück. Beide Seiten. Wichtig hierbei ist, ich zeige es euch von der Seite, dass ihr hier eine schöne Rumpfspannung macht. Also wieder Hände unter die Schultern, auf die Zehen hinten kommen, feste Rumpfspannung. Zieht dafür eure Schulterblätter auseinander, spann den Bauch fest an, zieht den Bauchhahnabend nach innen, sodass du hier stabil im Korb bist. Und jetzt können wir wieder die Knie zu den Ellenbogen ziehen. Langsames Tempo. Und das ist die Übung. Ich hoffe, die Übung hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Spaß beim Nachmachen. Und dann kommt ihr noch. Vielen Dank.